Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung hier am Sonntag. Heute Abend geht es mal wieder rund und zwar habe ich mir gedacht, Leute, wir gehen heute nochmal in die wunderschöne Arena. Es sind ja momentan immer noch diese Spezialregeln, die Taverns of Time. Und tatsächlich möchte ich das einmal auch noch mit euch live hier spielen. Ich habe ja jetzt schon die Let's Play-Runde, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, angefangen und bin ja damit schon, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme bin tatsächlich. Bin momentan bei, ich glaube, 1-1, wenn ich es richtig weiß. Mal gucken, wie weit ich da noch kommen werde. Das werdet ihr auf jeden Fall in den Folgen erfahren mit diesem wunderschönen Rogue-Deck. Auf jeden Fall spielen wir heute Abend noch eine neue Runde, die wir anfangen. Ich werde das Ganze jetzt zu Ende spielen und ihr werdet nie erfahren, wie es ausgeht, außer ihr guckt euch die Folgen an. Und ja, tatsächlich werden wir mal gucken, was wir dann heute Abend spielen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Glück diesmal mit der Klassenauswahl, obwohl ich sagen muss, der Schamane und Rogue jetzt schon nicht das Schlechteste sind. Ich würde aber tatsächlich gerne mal wieder eine Druid Mage oder sowas in die Richtung spielen. Das ist in der Arena gerade sehr, sehr cool, muss ich sagen. Deswegen schauen wir da einfach mal. Heute Abend also Taverns of Timestream. Der große Taverns of Timestream, liebe Leute. Ich habe da mega, mega Bock drauf, einfach mal wieder ein bisschen die Arena durchzurocken. Und da draften wir tatsächlich nicht nur, wie jetzt hier bei dem Deck, nicht nur auf die neuen Karten, außer wir ziehen natürlich einen von den neuen Karten, sondern wir draften da wirklich auf ein gutes Arena-Deck. Start wie immer zwischen 20 und 20.30 Uhr auf YouTube und Twitch.tv. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Würde mich auf jeden Fall freuen, liebe Leute. Bis heute Abend, denn haut rein. Turelue.